hallöchen und herzlich willkommen in meinem neuen video heute machen wir hoch ich habe hier nur den deckel liegen mal eine schachtel mit text weil also ich stehe zurzeit auf weiß und irgendwie habe ich auch ganz viele ich habe jetzt hier schon natürlich weniger von denen aber so abschnitte weiße oder überhaupt abschnitte war und da bietet sich natürlich immer an ein paar text zu basteln und machen wir auch aber vorrangig machen wir die schachtel hier diese schachtel hier die gemacht habt ihr ist auch mit dem gleichen z gemacht was ich jetzt auch verwenden möchte allerdings also ich finde ja diese zeit total schön ist das von stampin up gibt es auch noch dazu jetzt passende stanzen aber wie sagt auch die poli hier hoch die sprüche sind sehr schön also und wie sagt ihr könnt ihr im herbst verwenden eben und genauso gut aber auch zu weihnachten oder eben einfach nur für text zum beispiel ohne motiv mit punkten zum beispiel und noch eine bootstagsgruß ich habe das hier schon mal gemacht mit den tags tags eigentlich diese eigentlich ist diese z gedacht habe ich auch hinterher ist geschnallt für die stampin up hat ja auch so eine tags zum ausstanzen da passt irgendwie perfekt drauf aber ich gemacht heute mit diesen tags von action weil ich die also ich habe ja viele stanzen von action und die meisten benutze ich nicht aber ich muss man sagen diese z finde ich persönlich total mega und das verwende kalt und dann also daran sieht man also die geht mir auch mit stampin up oder anderen zum beispiel habe ich ja ganz viele selbst jetzt finde ich das nicht ich habe ja ganz viele sets von also ich habe ja relativ viel von her tief depot bestellt und ich verwende aber nie warum weiß ich nicht genau ahnung weil mir immer nichts einfällt jetzt finde ich die stanzen ich muss mal gerade suchen jetzt könnte lachen da sind schon hingelegt also diese hier meine die finde ich total schön ich habe auch alte tags von action die finde ich persönlich nicht so schön ich finde die deshalb so schön weil die halt die stets sind und diese hier mit diesen fähnchen stanze aber noch vorne rund und mit löschlein also perfekt um text zu machen und dann für diese ganz kleinen sachen hier versteckt endlich mal wieder die hier verwenden die habe ich nämlich auch schon ewig und viele von euch haben die eure club gibst du ja noch im jahreskatalog weil damit kann man halt wunderbar so abschnitte halt nehmen sag mal also eigentlich haben die feuerfertigte maße da anheben aber ich mache das immer so wenn hier so ein tag ist dann sieht da dann lege ich das hier so mittig rein und schon habe ich auch schon sag schnell anhänger führen für ein geschenk oder für blumen oder also irgendwie so dazu und tag habe ich ein anhänger ja leute ist wieder dunkel draußen ihr sehtet mit dem licht vielleicht so schwierig jetzt hier vor allem weil ich wieder mit weiß aber hätte aber ihr seht und das gleiche kann man mit der anderen also sind ja zwei verschiedene möglichkeiten also wie gesagt leider nutze ich die sehr selten weil die steht also alle also fast alle meine stanzen stehen hier hinter mir und wahrscheinlich aus den augen aus dem sinne aber die ist eigentlich klasse für so für so reste also und ich weiß nicht irgendwie habe ich ganz viele von diesen streifen bis jahre gebastelt habe wobei hier ist gerade ein bisschen so nah also habe ich schon und du geht auch in schmaler viel breiter jetzt also jetzt auch aber dann also doch die duft in breiter zum probieren aber dann muss man halt schon so ein bisschen austarieren naja gut viel breiter als das hier geht zeit nicht nach weil dann ach so doch eigentlich schon habe ich siehst du mal habe ich noch eine ausprobiert ist dass ich mal jetzt verwende dann müsste man mit hier wahrscheinlich so mittig ausrichten schon verschoben aber ist ja jetzt nur mal zum probieren und zur not wenn es denn schief ist kann man es ja auch ab wieder verrutscht na gut ich stanze jetzt aber ja also jetzt müsste man natürlich zusehen dass man das hier so ein bisschen naja gut wird nicht viel wird nicht viel breiter ich schweife ja auch schon wieder ab war kann man ja wohl so sagen aber gut es geht um tags heute jeder von euch hat bestimmt irgendwelche tags ansonsten kann man auch ganz einfach tags schneiden einfach so so und so also und schon habe ich ein tag also ja man müsste das noch ein bisschen ausrichten gerade aber so die idee ist ja klar jetzt mal jetzt ein müll aus dem bild so dann zeige ich euch jetzt mal hier habe ich halt diese kleine mittlere version enorm und hab halt geguckt was habe ich in meinem bestand und ich habe immer noch mein favorit die klitzekleinen grüße und die sind halt echt einfach schön ja da für dich halt jetzt hier nicht so ganz perfekt abgestempelt da ist schöne brotstag bei also ich hab's jetzt hier so ein bisschen gemischt also die texten zwar sehr herbstlich aber ich hab's jetzt fertig darauf gestempelt habe ein bisschen gemischt hier auch wieder das ist von danny peus zum beispiel die sprüche und hier habe ich die schönen stanzen verwendet die hierbei sind diese kürbisse und dann ist ja noch weihnachtlich da und wir basteln jetzt zusammen halt die weihnachtliche version dieser schachtel sie wird auch ein bisschen ihr seht ich habe hier schon eine menge text drin was soll ihr die noch mal hier habe ich auch aus dem set und auch aus dem na auch aus dem stampin up set also wie gesagt wenn ihr keine deutschen sprüche habt dann ist stampin up finde ich eine gute adresse oder eben ja ihr habt ihr sehen dann die postet war auch sehr schön oder f co da habe ich sprüche schon schön gehabt aber wie sagt ich bin ja auch nur mal so für die die neu sind das unabhängige stampin up demonstratorin und zwischendrin mache ich eben auch mal so ein video und zwar heute mit diesem set aber eben auch so dass jeder der das eben nicht hat wird auch nachbasseln kann aber wer was bestellen möchte über mich der kann gerne hier für diesen monat november diesen gastgeberin code verwenden und dann gibt es im folge monat also im dezember von mir post mit einem kleinen überraschungsgeschenk so also jetzt legen wir mal los sind okay sabelt schon glaube zehn minuten sabelt so ich habe mal ein bisschen schneller dreht ihr braucht zwei blätter einmal ist hier 16 mal 16 breit ich zeige hier nur dass du dir hämmert ist das von neuser und ja wie gesagt 16 mal 16 und 16,3 mal 16,3 deckel und boden größere ist der deckel ja ich habe mir dazu ausgemessen indem ich halte die beiden texte machen will ausgemessen habe und danach dann die größer bestimmt so beide jetzt hier in dem fall ein bisschen knapp geworden ist aber das könnt ihr von mir aus ändern der prinzip der schachtel ist immer gleich hier jetzt falls sie kalt rundherum bei 1,5 und bei 3 hier erzählt nur dass ich die schachtel die jetzt mache etwas kleiner mache als die davor und jetzt los bei 1,5 und bei drei leider spinnt meine kamera hier ein bisschen aber das ganze machen wir einfach rundherum bei 1,5 und 1 und 3 falls ich klicke jetzt hier so ein bisschen in der mitte an weil mein falls bei brett dann die fünf war schritte nur so ungefähr ab der hälfte mit eingezeichnet hat hat aber wie gesagt das ist jetzt so ein ganz normal schachtel prinzip ich habe deshalb zwei falls sie nehmen weil ich die kanten oder die seiten wände nach innen umklappe damit sie ein bisschen verstärkt sind das werde jetzt gleich sehen gehen hier kommt jetzt der deckel da machen wir das ganze genauso 1,5 und 3 rundherum und der größenunterschied kommt dann eben nur durch die 0,3 millimeter mehr die wir machen um die die das papier größer ist deshalb ist der deckel dann automatisch größer dann falls ich jetzt mal ganz schnell alle falls linien durch in fünf verheirschwindigkeit damit ihr nicht so lange warten müsst und dann schneide ich das ein das erste teil habe ich jetzt mal schnell weggeschnitten ihr seht hier so wird jetzt werde ich das ganze noch mal etwas dichter an der kamera zeigen und zwar schneide ich immer rechts steht da jetzt hier und links von der falls kante und ich schräg mir ihr seht jetzt hier hoffentlich also ich schneide nicht genau auf der fallsin sondern immer so ein bisschen daneben und zwar hier jetzt so rechts daneben und dann schräg ich das an da oben und hier schneide ich das komplett weg aber auch links neben der falls linie damit sich das dann nachher nicht überschneidet hier wieder links der falls linie anschrägen anschrägen rechts der falls linie und den nippel abschneiden und oben hoch anschrägen wieder rechts der falls linie jetzt anschrägen abschneiden abschneiden und wieder anschrägen diese angeschränkte obere fläche dort die wird nachher nach innen umgeschlagen deshalb schrägt die an damit sie sich dann nachher nicht im weg sind als nächstes stanzen wir uns jetzt mit den schneeflocken aus dem stand zeit in den deckel halt die schneeflocken rein hier zeige ich nur noch mal wo bietet eigentlich gedacht das von stampen ab also ich habe ja auch diese anhänger von stampen ab die stanzen und darauf sind diese motive abbestimmt ja also jetzt noch mal von vorne ich stand es mir jetzt hier in dem deckel also das größere teil ist aufpassen also wie sagt es ja nur drei millimeter größer am besten beim falzen macht euch dann d und b rauf auf die beim zuschneiden macht euch ein b und d rauf dann wisst ihr was was ist und hier liegt jetzt so an die in die mitte das rechts und links und unten der gleiche abstand ist oben das schneiden wir nachher mit der schneidemaschine noch aus beziehungsweise ihr könnt ihr doch mit dem cutter machen jetzt so mache ich das hier bloß fest und kubels durch meine big shot so da ich nur nach fünf big shot habe habe ich hier mal gezeigt dass ich die außenkanten umgeschlagen habe nach oben und dann erst durch die big shot die kubelt habe jetzt entferne ich die überschüssigen stanz abfälle und überlege mir gerade so dass ich das so wie jetzt ist eigentlich auch schön finde aber eigentlich möchte ich gern fenster aus stanzen und deshalb werden wartet jetzt gemeinsam tun aber so sieht es auch schön aus aber wie gesagt ich wollte es ja wie die herbst box machen zum vierecken oder quadratischen fenster erst mal den müll aus dem bild und dann ist jetzt wieder so ein schneidebrett hilfreich hier lege ich jetzt an die kante an oben auch schön bündig hier in die freie geschnitten schon rein und schneide dann halt ungefähr der gleichen entfernung bis nach unten und zwar von der ersten also von der falls linie da 1,3 1,1 zentimeter entfernt aber ich mache dazu nach augenmaß also dabei hilft mir natürlich mehr linear bei der millimeter abteilung sind aber eigentlich könnte ich das auch ohne diese striche also oder ich mache es eigentlich auch ohne auf der anderen seite das gleiche noch mal und dann einfach drehen und die beiden verbinden eben beim also ausschneiden verbinden die beiden geschnittene linien verbinden und dann ist es ausgeschnitten da hat er jetzt noch da ein bisschen hängt schneidet jetzt mit dem cutter messer ab und die überreste noch so ein bisschen mit der schere da setzen wir nachher den tag drüber jetzt haben wir die beiden teile fertig und jetzt möchte ich noch den deckel ein bisschen bestempeln bei der anderen schachtel ich habe den boden bestempelt das sieht man aber im endeffekt nicht also zurück mir jetzt hier meine zwei stempel raus aus dem set nämlich die punkte und diese warte ich da jetzt in der hand habe diese sterne und stempel mit rauchblau ist da immer wieder vorher auch ab dass es so ein ganz zartes blau wird also soll so ein bisschen eismäßig sein der winter ist ja kalter ist blau kalte farbe ganz schön dafür außerhalb der kamera habe ich mir jetzt ein rahmen zu schnitten oder beziehungsweise stand und bello ihr seht ihr das ist jetzt normales ganz normal transparent papier und habe ich in prima der um jetzt hier in der größe von diesem deckel zu geschnitten also die in abmaße des deckels so dass das fenster eben einfach verdeckt ist und den rahmen habe ich mit meinen quadratischen stanzen also den innen teilheit mit den quadratischen stanzen ausgeschnitten und das außenrum im prinzipien auch so mit an zeichnen ja hier seht ihr die stanzen habe ich eben wie gesagt außerhalb der kamera schon vorbereitet wird etwas länger dauert so außerdem habe ich noch einen goldenen rahmen ausgeschnitten da wusste ich noch nicht so genau ob ich es nehme aber ich kann es euch schon verraten ich habe es ja genommen jetzt klebe ich einfach die transparent folie innen an und klebe meinen blauen rahmen drüber damit man die klebefläche nicht so sieht und mein mann lacht sich hier neben mir tot hoffe ihr hört das nicht hat jetzt ein dritt der krieg damit der lase ist und ja das sieht erstmal hier gut aus ich passe halt den rahmen so ein bisschen an damit ich ihn von der anderen seite nicht sehe jetzt kleben wir die schachtel zusammen ihr seht hier wie ich mache einfach zuerst die kleinen abstehenden klebe laschen mit kleber versehen und schön kannte auf kante kleben und dann nachher die oberen kanten umknicken und hier seht ihr auch warum ich eigentlich in action kleber nicht mehr mag weil der doch nicht so schnell anzieht mein buchleim der wurde schneller anziehen hat mir jetzt aber wieder nach bestellt weil ich den also für schachteln und so irgendwie das saffeln außerdem stinkt der auch nicht so ja das ist jetzt eigentlich selbst erklären da könnt ihr zuschauen und den boden klebe ich sowieso außerhalb der kamera zusammen so boden zusammengeklebt jetzt kommt noch das innen teil die maße dafür schreibe ich in die infobox sind 9,8 mal weiß ich nicht 9,8 wahrscheinlich und die falls wird bei 6 7 und 8 inch zentimeter und der ganze klebe ich jetzt da in der mitte zusammen das wird halt der steg wie womit die beiden text dann getrennt werden und dann klebe ich einfach unten an dann habe ich mir noch ein bisschen design papier zuschnitten hatte ich dann also einfach mal darum mit anzeichnen kennt er ja schon von mir und das klebe ich dann noch rein dann machen wir jetzt erst mal für den besseren besseres öffnen der schachtel an der seite rechts und links noch ein paar die also ein paar eingriff mulden rein mit der kreis stanze das ist vielleicht besser wenn man das dann macht bevor man die schachtel zusammenklebt bei der anderen schachtel ging das einfacher weil die kanten ja höher waren jetzt klebe ich jetzt eigentlich nur noch alles aufeinander also den rahmen von außen und von in das design papier da lasse ich euch mal ein bisschen so jetzt mache ich schon ein bisschen die deko hierfür stempel auf den kleinsten von den tags und action ein mit liebe und versähe das ganze mit ein bisschen band und das klebe ich da oben über meine schneeflocken drüber damit die kante ein bisschen besser aussieht dann bringe ich noch ein paar glitzes auf und das ist dann die deko danach machen wir dann noch ein paar tags also die bestempel ich einfach beziehungsweise stanze auch teilweise die tags aus mit diesen stanz motiven also so diese renntiere und jetzt hier in dem fall habe ich diese kugeln ausgestanzt und einmal versägt den hintergrund der kugel mit design papier und andere mal mit mit tinte einfach also ein bisschen mache ich bisher hintergrund farbe hintergrund in rot und klebe jeweils immer zwei text dann aufeinander mit den schönen seiten nach außen das ganze mache ich jetzt auch mit den größeren also nicht ich werde ich alle vor der kamera machen aber am ende sehen war und hören wir uns wieder so lange jetzt wieder ein bisschen musik also Musik 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 So ihr Hasen, ich habe jetzt die restlichen Tags außerhalb der Kamera gemacht, weil das ja dann doch irgendwie ganz schön auffällt. Also Fakt ist, ich habe es jetzt fertig. Leider habe ich hier ein bisschen ruf gefasst mit der Farbe, wie immer dörter. Ja, also jetzt nochmal die Tags im Einzelnen. Also die beiden, wie gesagt, einmal mit Designpapier, einmal mit Farbe. Den habe ich, wie gesagt, dann auch einfach nur mit Farbe hinten, den Hintergrund, genau wie den. Die sind sich ja beide ähnlich, nur seitenverkehrt sich gerade. Hinten könnte man natürlich noch was stemmen, aber ich dachte, vielleicht will derjenige was schreiben. Dann habe ich diesen Tag, da habe ich die Rentiere und den Schlitten nochmal verwendet. Und hier aus diesem Stempelset nochmal, das kennt ihr ja auch schon von mir, also auch ein sehr empfehlenswertes Zeitweg finde. Weil schöne große Sprüche drauf sind und vor allen Dingen, naja, ihr wisst ihr, ich liebe das ja so im Blog. Und das ist größer als das, was ich schon habe. Ja, also diese und die finde ich eigentlich am niedlichsten so, in der Größe. Ich glaube, das sieht auch am besten aus an so einem Meschenk hier. Jetzt nochmal die länglichen. Da habe ich auch wieder den Spruch aus diesem Set, den Hintergrund aus diesem. Den finde ich halt perfekt, um so Hintergründe zu machen. Hier die beiden selbstgeschnittenen Text mit dieser, hier oben eben mit dieser Stanze gemacht. Und da habe ich eben die Sprüche aus diesem Set, einfach nur für dich. Und hier auch sehr, sehr schön, finde ich, diese Schreibschrift, schöne Weihnachten. Dann hier mal so ein bisschen wild, das habe ich deshalb gemacht, weil ihr seht das. Ich habe ja leider so einen Rand gestempelt. Warum das jetzt hier nicht so perfekt immer geworden ist, wie gesagt, das ist ja hier hämmert, das Papier. Da wäre das wahrscheinlich günstiger, wie so eine Stempel, wie so der Tag. Da habe ich einfach, wie gesagt, oft das Designpapier so dahinter klebt, so leicht schräg. Und ja, das war dann eigentlich, wie gesagt, diese Packung, finde ich, macht irgendwie natürlich mehr her, was an der Größe liegt und ist auch ein bisschen zarter. Ich finde die fast schöner, aber natürlich zum Motto passend ist das jetzt hier schöner, wie ich finde. Und wie gesagt, mit der Fantasie für die Texte, da ist ja eure, also das könnt ihr ja selber gucken, was habt ihr. Aber wie gesagt, ich finde diese Z hier wirklich toll, weil man mit diesen Stanzen echt schöne Effekte erzielen könnte, wie ihr gesehen habt, das kann man ja auch, wie ich finde, geht nicht. Also die hier könnte man ja auch echt ganz einfach, da gibt es keine da, ist eine Karte setzen, ja. Also die hier, also mit dem Hintergrund natürlich irgendwie, also die kann man ja auch so verwenden. Also wie gesagt, ich finde die Texte total schön von Action, aber mit den von Stampin' Up würde ich natürlich genau so gut gehen. Okay, ach siehst du, hier ist noch die kleine Schleife, die habe ich vergessen. Ihr seht hier am Rand, das gleiche kann man natürlich auch mit dieser Stanze hier von Action machen, aber es hat mir irgendwie nicht gefallen, also wie gesagt, ich komme mit diesen Motiven nicht klar. Ich habe ja Gott sei Dank schon die anderen verkauft. Das ist jetzt hier mit der gemacht, aber wie gesagt, ihr seht, ich finde es nicht schön, ich finde, das sieht immer, die sehen einfach so, das geht mir mit den meisten Stanzen jetzt von Action, die sind einfach so Kindergarten-mäßig, die fällt mir einfach nicht. Das ist, nee, also deswegen kann ich damit auch nicht arbeiten, tut mir wirklich leid. Okay, ihr Lieben, dann, wie gesagt, hier, wenn ihr mal was bestellen wollt, entweder meldet ihr euch bei mir über meine E-Mail-Adresse oder persönliche Nachricht bei Instagram oder ihr geht direkt online auf die Seite von Stampin' Up. Da könnt ihr mich als Demonstratorin finden. Der hat doch gut, ist mein Name, und da könnt ihr dann bei einer Bestellung unter 200 Euro, könnt ihr diesen Code eingeben, dann bekommt ihr im nächsten Monat ein kleines Geschenk. Okay, dann, also alle Bestellungen natürlich, also wer für 20 Euro bestellt, der kriegt kein Geschenk. Das tut mir dann leid, weil dann mit Porto alles übersteigt. Sondern so, ihr müsst so um die 50 Euro, dann ist das okay. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!